Wir haben heute Freitag, der 14.01.2011 und ich wollte einmal das Hochwasser in der Sieg oder von der Sieg filmen. Wir sind hier in Galdauen. 1,50 Meter noch und wir haben das Wasser auf der Warnbachtalstraße. 1,5 Meter in der Warnbachtalstraße schwitzen. 1,5 Meter in der Warnbachtalstraße Spannungsgeladone. Der Begel stand am 14. Januar 2011 um 12 Uhr, gemessen in Kalldauern an der Warnbachtalstraße. Der Begel stand am 14. Januar 2011 um 12 Uhr, gemessen in Kalldauern an der Warnbachtalstraße. Vorne ist das normale Flussbett hier. Der Begel stand am 14. Januar 2011 um 12 Uhr, gemessen in Kalldauern an der Warnbachtalstraße. Der Begel stand am 14. Januar 2011 um 12 Uhr, gemessen in Kalldauern an der Warnbachtalstraße. Der Begel stand am 14. Januar 2011 um 12 Uhr, gemessen in Kalldauern an der Warnbachtalstraße. Der Begel stand am 15. Januar 2011 um 12 Uhr, gemessen in Kalldauern an der Warnbachtalstraße. Hier sehe ich am 14. Januar 2011. Aufgenommen im Calldown an der Wannbachtalstraße um 12 Uhr ein kleiner Schwenk. Hier sehe ich die noch höher ist als am Montag. Wir haben im Moment eine Wasserhöhe von 4,85 Meter ungefähr. Und 4,95 Meter muss es diese Nacht gewesen sein. Das ist die Nacht. 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 Das war's für heute.